ja leute was geht hab ich mir ja am start für euch ist jetzt eine schlechte nachricht denn ich streame heute doch nicht mehr weil mir grad die laune vergangen ist tut mir auf jeden fall sehr leid für euch und für mich auch ja aber hundertprozentig wird denn morgen irgendwann mal ein stream kommen oder am sonntag ich weiß noch nicht also entweder freitag oder sonntag ja dann tut mir ist laut und